So, heute aus meinem bescheidenen Reich, ich habe mit WM-Plan, ich habe jetzt einmal auf eine Frau wieder gehört oder mich beeindrucken lassen von der Frau G und habe mir so eine komische CD bestellt, so weg, Putzfrau war gerade da, Nada, Surf, Survey, ja, irgendwie so. Ist das eine CD? Ja. Ist die kaputt? Ich glaube, ich schmeiße die gleich wieder weg, weil das langweilt wahrscheinlich. Ich lege sie jetzt mal ein, scheiß Verpackung wieder. Amen. Sie denken oft an die Frau G, haben Sie mir gesagt. Ja, die haut mich echt um. Wow, tolle, schon toll gemacht, also die lassen sich wirklich sehr viel einfallen. Bestimmt so Drogenabhängige, wo so ein bisschen Musik machen, sonst stehen sie in der Fußgängerzone, spielen Panflöte und so. Aus Argentinien. Ja, war immer. So, rein damit. Ist das ein Computer hier? So was, ja, so ein Notebook, das wird aber, ich verkaufe das wieder, weil das setzt sich auch nicht durch. Man kann das auch ein bisschen im Internet rummachen und so. So. Ah, hier meine Daten von der Deutschlandtour, geht's bald auf Deutschlandtour, verschiedene Standorte. Echingen ins Ruhrgebiet, Sprockhövel, Metropole. Wo noch? Lüdenscheid, Essen, naja. Dann wär's ja mal geschickt, die Frau G zu besuchen. Ja, keine Ahnung, wo die sich rumtreibt. So, jetzt mit... Was haben Sie denn an Ihrer Hand? Wo? Ah, in der Maus ist das. Na ja. Nichts besonders. Ich hab mir schon gedacht, dass nichts ist. Aber, beenden wir das jetzt hier. Das ist, ist nichts. Ich nehm's ja mal wieder raus, kleinen Moment. Was ist ja wieder? Moment. So, also, der tolle CD, ob ich weg mit. Interessiert mich auch nicht. Ne, war tolle Musik, die hören wir's mal an und, naja, später mehr. Die, die, die denke ich, ist viel besser. Das ist ja nicht nix für die Jugend, das ist mehr System auf einem, unten. Ja, ich denke, die wird sehr viel besser sein. Ist das in diesem Englisch? Ja, ich verstehe's nicht richtig, aber ich denke, das wird Englisch sein, also. Ja, muss ich mal genauer reinhören. Aber später mehr. Hey.